Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute GTA 5 am PC. Haha, sehr geil. Haut sie in den Eiskübel. Ich dachte Mistkübel, okay. Aber anscheinend kriegen wir Besuch. Wir müssen das Labor hier ein bisschen verteidigen jetzt. So, Munition haben wir genug. Die Karren bringen wir zum Explodieren, dann sind die automatisch tot. So, explodier Karren, dann geht der E.O. drauf. Jetzt geht er weg von der Karren, das ist scheiße. Die kriegen wir alle, Leute. So, sieht doch gut aus, da hocken diese Leichen gerade. So, den haben wir. Nachladen. Wir sollen da rüber jetzt, glaube ich. Ah, da rüber, okay. Ne, ich kenne mir hier noch nicht so aus. Geh rein da, drüber, komm. Und los, putz ab. Oh, Deckung. Und dann gehen wir runter und treten, oh. Und treten den in den Arsch. Oh, der hat Kohle dabei. So, wie, ich hab sie alle. Schön gedefft, unser Labor. Ein bisschen abkassieren hier. Die haben ja genug Kohle hier. So, jetzt kommen sie von hinten, wir müssen da rüber. Und wie gesagt, schön deffen. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Ja, 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 ich komm wieder rauf. Peter Wettmann hört sich gut an. Ich bin schon unterwegs, wow. So, durch da. Ich komme. Halt sie nur ein bisschen auf. Bin gleich da. Bin gleich da, Moment. So. Better Weapon, hab ich gehört. Wo? Wo? Wo ist die Better Weapon? Oh, ja. Wuhu. Haha. Wuhu. Ihr Pisser. Oh, ja. Da sind wir dabei. So, noch was. Waffe ist so geil, Leute. So eine Art, äh... So ein Rocket Luncher-Dingsbums da. Granat Luncher, oder wie man das nennt. M320-Hild BF. So was ist das in der Art. Ja, ich kann doch nicht mein Labor da... Oh ja, die Waffe hat's. Aber ich kann nicht mein eigenes Labor entdecken. Ich glaub nicht. Und nicht zurück. Geh zurück zum Labor und gib mir ein Damage-Report. Ich sollte, äh... Checken auf die chinesische Delegation. Sie könnten einen chillen. So, denen haben wir's gezeigt. Ihr könnt rauskommen, Jungs. Oh, das war der Eisladen. Oh! Oh! Ich denke, wir haben es ziemlich genug gesehen. Äh... Gai-Jung! Das ist ein Damage! Oh! Oh! Swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies. Hey Trevor! Are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. So, Mr. Chin haben wir als Kontakt. Trevor Phillips Industries war der Auftrag. Ja, nicht so schlecht, nicht so schlecht, Leute. Wir haben mal gut abgeschlossen. Mr. Chin haben wir als Kontakt. Hier haben wir wieder Freaks. Das werden wir auch machen, den Auftrag. 만miar timeline. talked rein. Sorry, rier. Hab�� mnie rein! manners SEE going. Was antibiotics Lean. Beığ Plane. Vor denn da hin. Der hat mich dann wieder.. Ich bin нев the 2. Also wieder Director ist meine Betriebs. Das war ja. haben. Den Granatwerfer, aber keine Munition dazu. Die normale Pistol ist eh am gescheitersten, sag ich mal. Wir können auch die Skills trainieren am Schießstand mit allen dreien, weil dann schießen die besser, zielen genauer oder whatever. Also das hilft sicher, sag ich mal. Ich werde mal zu diesem Waffenshop kaufen, sag ich. Fahren und schauen, was es da so gibt. Vielleicht können wir hier Muni kaufen. Wo ist das hier? Ammonition! Da sind wir doch dabei. Mal schauen, was es hier gibt. So, Waffen ansehen. Ich will eigentlich nur Muni. Wie sieht es jetzt aus mit, mit? Alles hier. Oh, geil. Ah, ich will... Ja, gut. Granatwerfer, okay. 20 Granaten, 20 mal 50 oder 50 Dollar? 50 Dollar für 20 Schuss. Okay, das geht. Mehr kann ich mir nicht leisten. Da gibt es nur einige, was wir drauf... Ähm, ich wollte mich verarschen. Alter, Leute, 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 Leute. Gut, aber ein bisschen Munition ist sich ausgegangen. So, mehr Kohle haben wir nicht. Aber wir können was anderes machen, Leute. Wir schauen mal nach, ob sich da was getan anhat, bei unseren Aktien. Ähm, mein Portfolio. Jo, schaut euch das an. Es geht schön nach oben. Wart mal noch ein bisschen, dann sieht es noch besser aus. Wir haben da gut verdient. 3000. Ich warte noch ein bisschen und dann verkaufen wir das. So. Treiber, steige ein in deinen geilen Jeep. Der ist wirklich nicht schlecht, der Wagen. Lässt sich gut fahren. Besonders auf offenen Gelände. So. Falsche Mission. Äh, falsche Richtung. Da soll man mal lang. Wir fahren jetzt zu dieser Freak Mission da. Diese Freaks, die sind echt cool. Ich fahr mal hier entlang. Ich kann ja durchs Gelände mit dem Jeep. Ist ja überhaupt kein Problem. So. Schön rübersliden hier so halbwegs durch den Kaktus durch. So. Hier sind wir zu Hause. Äh, was heißt zu Hause? Hier gibt es die Mission. Schau mal, was bei denen abgeht. Ich glaub, der kriegt gleich Schlägen, Leute. Ich glaub, der ist gleich tot, Leute. Randal. Neutralisiere 25 Hinterwälder. Okay. Thema als erstes. Schnappen wir uns alle. So. Da hinterm Haus sind welche. Lotta Bauern. Hinterwälder. Das ist ja so geil. So. Da ist noch was. Wo sind die? Da. 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 Das fliegt in die Luft. Den schnappen wir uns auch. Hammer auch. Da hinten ist was. Jetzt geht's ab hier. Da gehen wir zu Stück weg. Oh yes. Das hat gebombst, gebombst. Oh, da sind nur irgendwelche. So. Du willst was? Wer schießt hier auf mich? Rauch auf Trevor zu schießen. Ich sterb doch alle. Oh. Oh. Scheiße. Ah. Das ist neben mir. Das sieht aus wie Hitler, ey. Ich hab's überwacht gehabt. Oh. Explodiert die Kamel langsam. Ja. Scheiß drauf. Wir machen das anders. Oh. Shit. Ja. Scheiße. Oh. Ich hab's übertrieben, Leute. Ich bin einfach wie Rambo da gestanden. Er hält sehr viel aus, der Trevor. Er hält sehr viel aus, aber er ist nicht unbesiegbar. Ich würd sagen, wir gehen ein bisschen irgendwo in Deckung. Und machen's von da dann. Ähm. Vielleicht hier hinter seiner Karre. So. Irgendwo da hinter uns sind noch welche. Ja. So. Trevor macht das schon. Ja. 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 Mhm. So. Wir müssen noch ein bisschen in Deckung gehen. So, da habt ihr einen Old Man, ihr Wichser. Boah, wir sind hier voll umzingelt, Leute. Ist nicht so gut. Schau, schnell nachladen, den noch umwichsen, wir müssen hier in Deckung gehen. Die müssen wir alle umnieten. Schaffen wir locker. So, Spezialfähigkeit wieder. Ah, du Arsch, haben wir niedergefahren. Der ist am Gas oben geblieben. So, jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nicht draufgehen auch noch. Lauft nur, wie die Hühnchen. Denen haben wir es gegeben. Drei Gegner, Headshots, erledige 45 haben wir nicht geschafft. Er war ordentlich aufgeräumt hier, Leute, ordentlich. Die Scheiße wollten uns ans Bein pissen. Nicht mit Trevor, nicht mit Zocker, Andi. So, wie sieht es hier waffenmäßig aus? Wow, ja, das hat sie rentiert. So, jetzt kriege ich mal ein Bier, hoffentlich. So, wie ist man da? Aber war eine coole Mission. Wo sind denn die ganzen Waffen hin? Hier liegt noch was, oder? Nö, das ist Dreck. Kann man da rein? Nö. Okay, ich würde sagen, hier haben wir aufgeräumt, Leute. Ein paar Blutlachen sind da. Ein paar. Trevor war es hier. Also, pisst mich nicht an, Leute. Ihr werdet es bereuen. Und pisst auch nicht Trevor an. So, es ist Tag. Wir fahren jetzt zum Flughafen und werden mal schauen, was es da zu tun gibt. Das erste Mal fliegen. Yeah. Und Leute, ich sag's euch. Ich hab's nicht aufgenommen und so weiter. Aber ich spiele auch Hardline B4 und so weiter. Und fliegen und ich, das ist irgendwie inkompatibel. Also, das wird sicher lustig. Allerdings in GTA habe ich ohne Probleme immer fliegen können. Nur in Hardline geht's nicht. Ey, meine Völge ist kaputt. Meine ganzen Reifen. Und die rechte Seite. Ich glaube, das war ich sogar selber so im Dreck. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss. 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 Tschüss.